so leute dort showdown wir werden jetzt schön in colorado meine runde drehen und zwar ein race of rennen ist so wie ein ganz normales standard rennen wie bei dort 3 nur dass es schön dass man sich hier gegenseitig so ein bisschen rauskicken darf und man kann wenn man es kann so ich habe dieses auto mag ich ganz gerne so was von den 60ern so wie schon gesagt winter spielt jetzt nicht so so eine rolle ob es jetzt alle auf der straße ja man hat hier so ein bisschen ein bisschen die drohung gegenseitig eliminiert die straßen begrenzung sollte man nicht mitnehmen die halten doch ganz schön auf grafisch hat sich gegenüber nicht viel getan ist alles beim alten blieben die engine ist ja auch die gleiche die codemaster genommen hat vielleicht ein bisschen aufgebohrt codemaster ja wenn spiele konzentrieren das was sie auch richtig können ja die brauchen jetzt nicht mit den shooter ankommen oder wie auch immer dass wir unsere activision oder EA überlassen weil die kids wirklich besser ja schön noch mal ein bisschen shift genommen der lädt sich denn automatisch auf ich habe jetzt nicht erkannt ob der sich auflädt ob man jetzt eine besondere Aktion macht jetzt gucken wir mal hinten ne ich sehe jetzt nichts zweite runde paar trümmer liegen hier recht einfach und sich selbst ein bisschen eliminiert macht es für mich einfacher für euch natürlich langweiliger aber es geht ja nur darum was ist überhaupt race off ganz normaler standard rein nichts dramatisches ja wenn man ein bisschen träumt kommt man vom rechten wege ab letzte runde letzte runde sagt er schadenmodell sieht natürlich wieder hervorragend aus ja das haben wir super gemacht und wann kommt der kogni effekt wo sind die leute also ist mir schon aufgefallen dass hier man wirklich bestseiten fährt und die sind immer wieder dran aber ja bleibt keine Stoßstange heile im Moment ne ich hab ja auch keine Stoßstange heile das ist ihr oder ne noch nicht ein großer Unterschied von den Autos ist jetzt auch nicht zu erkennen auch wenn man die so ein bisschen upgraden kann ich spüre das eigentlich nicht so die Rolle Glück ist hier wichtiger und ja grandioser Sieg sag ich darauf Maximus hat die von bis denn tschüss